Bereit! Und los! Das war's größtenteils. Jupp! Ja, ja! Spielt mit mir! Wird sofort ausgeführt! Zu Befehl! Absurd Nummer letzt! Unverzüglich! Da hin! Und ich hier hin, so! Gut, das erste Auge leuchtet schon mal. Also der erste Kopf. Die ersten Augen. So, jetzt leuchten schon drei Augenpaare. Wenn du angekommen bist, sollten schon vier leuchten. ... ... ... ... ... ... ja diesmal sogar ohne cutscene stehe bereit standen wo ist der kopf da ist der kopf unverzüglich dahin auch gut zu wissen dass unsere leute irgendwann mal die die wegpunkt verlieren können der gesetzt ist das wo sie laufen sollen die 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 Bis zum nächsten Mal. So, sie ist fast am letzten Kopf. Und Simsalabimto ist offen. Quersprote aktualisiert, hat auch sehr viel Erfahrung gegeben. Merkt das Zepter der Winde und bringt das Xalabar, ja. Steinköpfe, da wollen wir hin. So, das Zepter ist in der obersten Truhe. Ich weiß noch gerade nicht mehr, was ich brauche, um diese Truhe zu öffnen. Ich schätze mal Erdmünzen, weil ich habe jetzt einen Haufen Erdmünzen bekommen. Feuermünzen. Auch nicht schlecht. Feuermünzen, die ich nicht habe. Das Zige, was ich habe, sind jede Menge Erdmünzen. Also, wenn ich jetzt einfach mal mir die Mühe mache und die Münzen hier drüben sortiere auf Seite 3. So. Okay, speichern wir mal. Hatte ich zwar gerade schon, aber tue ich nochmal. So, jetzt brauche ich Zerbit hier als erste Tore. Die Kiste nicht anfassen, gut. Das war die Kiste, die verschwinden wird, wenn wir die Zerbitia-Kiste öffnen. Jetzt muss ich nur herausfinden, welches die Zerbitia-Kiste war. Zerbitia, genau. Den Schlüssel umdrehen. Ah, da ist eine Feuermünze drin und Kriegerin und Magier. Aber, äh, warte. Nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen. Das ist die Zerbitia-Kiste. Die Zerbitia-Kiste lässt die Kiste da oben verschwinden. So, durch die verschwindet irgendeine andere Kiste. Ja, das ist die wertlose Kiste, gut. Also, das hier wird die letzte Kiste sein, können wir uns schon mal merken. Weil wenn die Kiste, die Kiste verschwinden lässt, wird die Kiste als letztes aufgehen. Ja, Zerbitia, Schlüssel umdrehen. So, dadurch verschwindet die wertlose und wir können die Sachen an uns nehmen. So, als nächstes ist die Kiste, die Vani in der Mitte hat. Suspria kommt als drittes, also das können wir uns merken, das hier ist die dritte. Ja, ich hätte es mir aufschreiben sollen. Obscura haben wir noch nicht. Fredonia ist die letzte, ja. Silvania, genau. Den Schlüssel umdrehen. Dann verschwindet die Kiste hier. Die enthält auch eine Feuermünze. Ein Teil aus Auriniers Macht. So, als nächstes brauchen wir die Suspria, die ist hier unten. Aber wir benutzen sie einfach von hier oben. Flupp, ist die weg? Oh, eine neue Schädelmünze. Also ja, Feuermünzen mal hier sammeln. Eine neue Schädelmünze, das ist praktisch. So, als nächstes die Mania. Also die auf Mania endet. Oh, Mania. Und genau, lässt die verschwinden. Feuermünze und andere Sachen. Flupp, so. An dieser Stelle speichern wir, weil bis jetzt haben wir alles richtig gemacht. Gut. Die werden wir als letztes benutzen müssen. Also suchen wir das erste Mal mit den dreien hier drüben. Obscura. Schlüssel umdrehen. Und mach die falsche weg. Okay. 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 Also diese schon mal nicht. Da wird es die wahrscheinlich auch nicht sein. Probieren wir mal die. Demuria. Nein. Also wir wissen, die macht die weg. Und die macht die weg. Also die, die und die, die. Da bleibt hier noch die Phenomena. Okay, die Phenomena war es doch. Feuermünze und Ring des Wächters. So, noch eine Feuermünze. Also wir wissen, die beiden sind es nicht. Können es nur die vier hier sein. Also die auch nicht, weil die ist als letztes dran. Also könnte es nur die drei sein. Also mal gucken. Das war die falsche. Da ist es die, die, die. Beziehungsweise etwas anders. Also es ist, ähm, die macht die weg. Und die macht die weg. Also muss ich erst die, dann die, dann die öffnen. Dann gucken wir mal die hier. Okay, die war richtig. So. Na, Ausflussverfahren müsste es jetzt die hier sein. Okay. Genau. Äh, eine Torwächter hat die Kuppe. Also ja, noch zwei Feuermünzen. Und noch eine Torwächter hat die Kuppe. Die wird hier durch die weggemacht. So, genau. Aonius Macht. Ich glaube, komplett Aonius Macht ist hier in den Thron drin. Okay, die. Macht die weg, genau. Die macht dann die weg. Und die macht die weg. Und dann ist alles weg hier. Genau. Genau, die macht die weg. Da ist unsere vorletzte zerbieten Träne. Und dann öffnen wir als nächstes die hier. So, die macht die hier weg. Und damit haben wir alle Thron. So, und haben sehr viele Feuermünzen, von denen wir aber welche aufbrauchen werden. Und dann haben wir auch wieder ein paar Zauber zusammen, die wir für Geld verkaufen können. Wir müssen jetzt das komplette Aonius Machtset haben. Voraussetzung Stufe 42. Wir kriegen, haben aber leider keinen 42er Helden. Noch nicht. Noch nicht.